Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Curfever, wieder mit den üblichen Verdächtigen. Hallo. Hallo. Hi. Und ich würde sagen, dann reden wir gar nicht lang rum, sondern wir machen einfach mal weiter. Okay, gut. Mit den üblichen Verdächtigen, hallo, ist ein bisschen wie so eine Semse-Gruppe, ne? Hallo, wir sind Curfever, wir spielen gerne Curfever. Oh, wie lange denn tu? Oh, so eine Weile. Oh, es tut mir aber leid. Und wieder raus, komm raus. Ey, das war so klar! Vor allem, wieder Sub und wieder Rob. Der Part kann nicht besser beginnen, der Part kann wirklich besser beginnen. Weißt du, ey, wer den letzten Part gesehen hat, du weißt, wie scheiße das ist. Aber warum immer nur wir beide, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich auch wieder pink, toll, jetzt verliere ich wieder. Ich bin rot, geil. Ja, jetzt Sub kann ich dir ganz einfach sagen, komm, bitte aus dem Osten. Ja, hör auf. Die wollen uns ausschließen. Drei, zwei, eins, start. Ja, bald bin ich auch im Westen. Du bleibst trotzdem ein Ossi. Ich bleib. Boah, bin ich cool, ich mach keine Streifen. Na komm, na komm. Scheiße, was mach ich denn für eine Kräute? Oh Gott. Nein, scheiße. Let's come Rob, bitte. Ich hab die Schildkröte. Sven, Gewalt, Alter. Wenn die noch jemand kennt. Oh, scheiße. Oh, quer fällt ein. Huiiii. So, dieser, 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 äh, dieser, hörige Applaus, dieses Höhnende, dieses Verhöhnende. Dieses Verhöhnende, du hast es eigentlich nicht verdient, Kohle. Weißt du, ach man, man, ach nö. Ey, welches Arscher ist das denn? Da, es hab du, Aldi. Scheiße, jetzt hab ich selbst verbraucht. Oh, nein! Nein, nein! Nein, 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 nein! Gott, sind wir durch. Ja, jetzt mal ganz alt. Oh, hast du das Internet gekallt? Na, sicher mal, Koba. Koba kriegt das noch mal. Wow, was ist gerade los? Koba kriegt da einen Schiss. Das Schöne ist, ich werde, es ist für immer und ewig in Videoform gebannt. Ja. Ja. Koba, schrei mal, die sollen hallo YouTube rufen. Hallo. Jetzt ist er kommt. Hallo, bin ich jetzt im Fernsehen? Bin ich jetzt im Fernsehen? Hallo. Nein. Ja? Hört ihr mich? Ja. Du bist raus, oder? Ich war, ich war irgendwie. Oh, nein. Irgendwie war was mit dem Internet, ey. Das war auch bei Curfiver so. Da war ich, dann konny, er hat nichts mehr reagiert und sowas und war echt komisch. So, Item Explosion. Es läuft gerade nicht so lecker, besonders, wenn du dich ins Wohnzimmer sitzt, meinst, ja, könnt ihr bitte alle ruhig sein, ich mag gerade eine Aufnahme und dann deine Mutter reinkommt und dich anlabert. Musst du auch. Ich bin jetzt ehrlich, deswegen hab ich ein eigenes Zimmer zum Abschließen. Und die Selbstschussanlage. Ich bin jetzt auch im letzten Mal. Ich hab Bock gehabt. Selbstschussanlage. Bum, 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 bum. Was ist das denn? Gehaben keiner. Ja, ich wurde ein bisschen gehandicapt. Aber jetzt kann ich wieder mit voller Aufmerksamkeit spielen. Hashtag Aufmerksamkeit. Und einfach brauche ich mir selber schon an! Das geht's einfach nicht. Das war echt schlau, Junge. Boah, war das Fail, ey. Es geht mal wieder alles schief. Ich glaube, das wird auch so bei Curve Fever. Jedes Mal wenn wir Curve Fever spielen, passiert irgendwas. Behindertes. Oh, ne. Apropos Behindertes. Oh, ich seh da was Schönes. Alter, überall rote Items, man. Oh, fuck! Aber guck mal, Daniel und ich haben den gleichen Fehler gemacht. Sam sammelt ein, wir beide... Irgendjemand. Warum? Weil wir was können. Weil wir was können. Im Geiste, im Geiste Körper über vereint. Was? Nein. Doch! Oh! Oh, das war jetzt unfair. Gerade eben hättest du nicht durchgefasst. Tja. Seht ihr, kaum kann der Koopa wieder richtig spielen, dann gewinnt auch der Richtige. Also sub. Das war knapp. Der kommt nicht durch, der kommt nicht durch, der kommt nicht durch. Oh, gut, danke. Wow, das war knapp. Special wäre jetzt gewesen, Radiogummi taucht auf und dann... Komm, komm, komm. Yes, hab ich noch einen Punkt. Vor allem, er ist halt gestorben und ich hab mit Ramsatz aufgehört. Ah, das hat's gar nicht geholfen. Jetzt wird das... Oh. Das war nicht so intelligent. Aber Mr. Kompetent hat er heute ja schon auf seiner Heimfahrt zugeschlagen. Ja. Ja, ihr habt da auch irgendwas gelesen gehabt. Oh, man! Was machst du vom... Ich fahr mit 60 durch die Ortschaft und seh die Polizei da stehen. Und das erste, was ich denk, ist nicht runterbremsen, sondern... Scheiße, vielleicht halten die mich jetzt wegen zu lauter Musik an. Ich mach mal das Radio leise, aber mit 60 weiterfahren geht schon. Ich glaub, ich krieg demnächst Post. Aber... Die haben gedacht, ach, der hört seine Geschwindigkeit nicht. Alter, Kopa, du Assi. Du weißt ja, er... Du konntest das Tacho nicht hören. Genau. Ich glaub, ich war... Ich glaub, ich war ein bisschen zu hart, die Rope, aber meinst du... Alter, das geht's doch gar nicht wie inkompetent, ich bin gerade... Warum sind sie denn so schnell gefahren? Ich kann sie nicht verstehen! Was sagen sie? Oh, ich hab's sogar gerät nicht an. Och... Ey, ihr seid doch so ne Pisser! Wir können nichts dafür, dass du dich immer in so ne Situation begibst. Ihr begibt mich... Ihr positioniert euch wohl falsch. So. So kann man's nämlich auch sehen, ne? Nein! Ich komm doch da... Oh mein... Falsche Zeit zu falschen... Die falsche Zeit am falschen Ort. Hm... Mein Comeback ist doch schon... Komm... Komm doch zurück. Mindestens Platz 2 eigentlich. Ah! Mein Vorsprung geht langsam flöten! Alter! Ich bin... Eine Sekunde zu lang... Wie geil! Mit Ansagen! Mein Vorsprung geht langsam flöten! Bam! Aber guck mal, ich hab das Speed Spy Dr. Dre Symbol gemalt! Aha! Entschuldigung! Stimmt! Das war bestimmt Absicht! Ja! Nein! 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 Oh! Sehr schön, Copa! Das fand ich cool! Ja! Das fand ich cool! Ich hab ihn da... Den hab ich den guten Daniel aus der Fassung gebracht, ne? Haha! So... Vor allem... Ich kann wenigstens Nein grün! Das ist eine Verfassungswidrigkeit! Boah! 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 Mein Gott! Zum Glück, dass der Daniel da noch weggedreht ist, ey! Scheiße! Hätt ich drauf gehalten! Haha! Sorry! Sub, but no! Jetzt, Mann! Ah! Mein Gott! Oh mein Gott! Danke für den Geschenk! Ich hatte sieben Punkte Vorsprung! Haha! Sogar ich bekomm jetzt noch ran! Und dann komm ich... Dann kommt mein Comeback! Ich bin jetzt Mr. Competent! Hallo! Mein Comeback ist wesentlich größer, Daniel! Nein! Ah! Gut, dass ich damit gerechnet habe! Ich hab schon vorher in die richtige Richtung gedrückt! Vor allem... Ich hab noch drauf gehofft, dass ich zuerst rankomme, aber... Oh! Zu spät die Kurve genommen! Oh, ist doch doof! Mein... Mein Comeback könnte auch ein Buch von Hitler sein, ne? Genauso wie mein Schnauzbart! Mein Scheitel! Das... 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 Das Buch für den Hipster von morgen! Haha! Wie wird man der perfekte Hitler in drei Schritten? Alter! Leute! Wir wollen doch nicht, dass unser Video gesperrt wird! Was sollen sie denn da sperren? Nichts! Äh... Die können die gesperren! Ich mein... Wir zeigen ja nicht... Beziehungsweise ich zeig ja nicht meine Titten! Also... Und selbst... Die würde keiner sperren, weil die unglaublich schön sind! Dann hol ich schon noch den Shorty dazu, dann passt's! Shorty und Luca läuft! Nein! Boah! Daniel! Oh! Ich muss erstmal den Zap eliminieren! Ich muss erstmal den Zap eliminieren! Ich brauche noch einen Punkt! Komm! Komm schon! Und Daniel... Nein! Daniel! Wir müssen zusammenarbeiten, damit's noch weitergeht! Schnell! Nein! Wenn Daniel und Kopa zusammenarbeiten, weiß ich jetzt schon, wer gewinnt! Oh! It's over! It's... It's over! Ja! 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 Egal! Und? War deine Vermutungen richtig? Was weiß man nicht? So! Wie meine... Wie... Wie... Wie es bei mir hoch geht einfach nur bei so zwei, fünf, weißt du? Ich weiß nicht, ob der letzte Platz ist, aber geht über... Ja eben, weißt du, wenn ich mal erster wäre, so 1000 oder so, weißt du? Einen können wir noch! Einen können wir noch! Einen können wir noch! Einer geht noch! Einer geht noch! Einer geht noch! Einer geht noch! Aber erstens, dass man jetzt rausfliegt! Ne, Schnauze! Hahahaha! Einer, das darf doch nicht wahr sein! Willst du mich verarschen! One more time! Hahaha! Hä... Hä... Äh... Haben wir schon den ersten Running Gag auf dem Kanal? Ne, der erste war so. So, Leute, so, so, Daniel, so. So. 3, 2, 1, start! So, so. So wie, äh, so, äh, ja, so wie jeder irgendwie seine besondere, äh, begrüßung hat. Ich meine einfach so. So und herzlich willkommen bei Stunnau. Ist das geil? Einmal mal lang gerast, ihr alle in mich rein. Okay, das hört sich falsch an, aber egal. Vor allem, seh ich so, du bist, du führst. Jetzt nicht mehr. Nanananananananan. Oh, du dreckiger Bastard. Dreckiger Bastard. Du dreckiger Betzeicher. Betzeicher. Tschau. Oh, liebe. Da wurde ich leicht überfordert. Haha, erstmal schön Schlanglinien ziehen. Ey, ich bin immer noch unter den Top 4, egal. Oder die Top 4. Oh my God, Top 4. Was, sag, ah, wir sind die, willkommen bei Pokémon, würde ich sagen. Komm, 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 ach, scheiße. Ja, den Punkt bekommt. Wir sind die vier Leute, die vorm, die vorm Pokémon Champ rumgammeln müssen. Ja, den Herr. BAM! Wir können uns jetzt auch einfach wie Pokémon uns unterhalten. Robin, 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 Robin. Am coolsten kommst du durch bei Koopa rüber, weil er... Koopa, 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 Koopa. Ich frage mich nur, wenn wir die Top 4 sind, wer ist dann bitte der Champ? Nette. Oh, was war das denn? Oh. Selin. Ja! Selin ist der Champ, so like Cynthia. Das war dann war geil, das war ja geil. Ja, dann bin ich aber Lucian. Ich hab, ich hab grad gefühlt zehnmal besser gespielt, als in den letzten... 30 Minuten. In den letzten Folgen komplett. Läuft bei dir. Was sagst du schnelle Lernvorschritte? Oh nein, 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 nein. Vor allem irgendwie auch so ein Wort, das bei uns ziemlich oft vorkommt. Nein! Nein, 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 nein. Meistens hat er doch in der Hitlerparodie aus den Glorious Bastards. Nee, nee, das war nicht aus den Glorious Bastards. Das war aus... Ja, bin ich gut. Das war aus der Untergang, diese Szene. Nein, 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 nein. Das ist aus den Glorious Bastards. Äh, aus aus... Was jetzt? Aus aus... Entscheide dich. Aus der Untergang ist das. Aus der Untergang... Nee, doch, aus des Glorious Bastards. Oh nein, doch nicht. Nee, aus dem Glorious Bastards. Äh, mein Gott, leck mich doch. Ja, mich nicht. Das ist wie Grand Theft Auto Ghosts, weißt du, es ist... Ah nein, welcher Arsch. Daniel, K. Dafür hat er verloren. Ahhhh! Was ist mit mir los? Zweimal gewonnen, jetzt mach ich schönen letzten. Ja, bleib doch mal ruhig, Keule. 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 Nee, du bist jetzt nur einmal in die Gesamte. Nein. Einmal ich, einmal du. Pfff. Hooh. Nein, nein, nein. Vor allem, das klang auch... Das klang gerade auch so falsch. Haaa. Fappen bei der Aufnahme. Haha. Ja. Coffee war schlimmer als jeder Orgasmus. Oh! Oh, Mann. Alter. Yes. Ui, 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 ui. Entweder gehe ich richtig ab und bin richtig schlecht, weißt du. Boah. Oh, ich bin übel zu langsam, aber danke, Daniel. Jetzt hab ich voll viel Platz und du bist irgendwo da eingesperrt. Jetzt darf ich bloß nicht den Radiergummi erwischen. Okay, gut. Fucking Bullshit. Hm. Und alles löschen. Komm schon, lösches, lösches. Yes. Guck mal, fass einfach die ganze Map wieder voll, weißt du. Wir sitzen da, drei Stunden später. Ganze Map für mich. Opa, ich mal gerade noch. Weißt du. Er möchte sein Geld mit Kunst verdienen. Nein, was mach ich denn? Uah. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Yes. Und, der gewinnt. Ah, schade. Ich hab noch einen 5-Punkte-Vorsprung, aber das war auch immer bei Wolf so und so bei den Livestreams. Das war immer so wie mein Vorsprungssturz dahin. Nein, nein, nein. Oh, Gottes Willen. Ey, und wieder der erste, die in der Mauer landen, weißt du. Das ist zu dreckig. Was war das für eine Runde? Erstmal, erstmal. Ist doch sowieso die ersten, die in der Mauer landen. Ich stelle mir das... Ich stelle mir das gerade... Ey, der hat aber lang gedauert, oder? Ja, der hat schon lang gedauert. Vor allem, ich stelle mir das gerade so vor, so eine nationale Kunstversammlung. Und womit machen sie Kunst? Ja, ich verdiene mein Geld, indem ich mit dem Spiel Curvy über schöne Motive mahle. Schwarz auf dem Weg. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Das war wieder so, als hätte man in Zeitlupe abspielen können. So, Leute. Jetzt verliere ich die ganze Zeit. Also, als erstes. Und bis ihr aufholt, okay? Hashtag-Angeber. Ja, komm. Also, du hast ja nichts dagegen, wenn ich den Weg abschneide, oder? Yes. Du kannst es vor allen Dingen immer noch so gut verkaufen, ne? Ja, sie haben mir einfach nur vier Farben genommen und auf der Leinwand rumgekriegt. Nein. Ich war ein paar Bunte. Ich habe mit Schwarz drüber gemalt. Ja, ich habe mit Schwarz drüber gemalt. 9000? It's over 9000! Daniel Lesnar. May I present you my advocate? Daniel Lesnar! What? 9000? There's no rate, they can be 100. They can be 100. Und erst mal wieder drei runter. So, so endet der Part richtig. So endet der Part richtig. Und damit verabschieden wir uns für dieses Mal. Ich sag nur ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschau.